Musik Wir sind jetzt mit dem Wald unterwegs für Sie. Heute habe ich eine Rarität gefunden, die mir so selten passiert. Also alle paar Jahre vielleicht mal. Nämlich, Sie sehen die Baumart von mir. Und wahrscheinlich erkennen Sie die wenigsten. Nämlich eine Albe. Sowas gibt es bei uns auch noch. Sehr, sehr selten geworden, extrem selten geworden. Und ich finde es großartig, dass es Waldbesitzer gibt, die sich jetzt die Mühe machen, so eine Albe zu pflanzen. Und mit einem Einflussschutz zu versehen, weil der Wildverwegen und der Wildverbisse ist halt trotzdem ein Thema. Und das ist einfach eine tolle Baumart. Der hat ein unglaublich gefragtes Holz. Also selbst wenn es keine große Stärke hat, kann man das Holz versteigern. Das ist richtig gefragt. Die Albe ist natürlich viel langsamer wachsend. Ähnlich wie so Tannen wachsen. Und man braucht schon viel Pflege. Aber die Albe wäre es wert, dass man einzelne Bäumchen draußen wieder hier und da mal in den Wald bringt. Die Albe hat eine lange Tradition. Die wird extrem alt. Und die hat schon immer, früher war es im Wald, eher beteiligt. Heute ist es also aus der Mode gekommen. Aber es wäre eine Baumart, die auch im Hinblick auf Klimawandel durchaus eine Chance bekommen sollte. Ein paar Exemplare zur Artenvielfalt im Wald beiträgt. Und deswegen durchaus auch die Chance bekommen sollte, wieder beteiligt zu werden. Viel Freude mit dem Wald. Annen Roman auf.